... Boah, so ein paar Monate, aber ich hab mich immer dran gebaut, nach Hause gemacht. Wie gesagt, die Beleuchtung kann man halt einzeln ab- und ausschalten. Ja, doch, Fluch- und Hextrallruder, der kann auch auf der Stelle drehen. In beide Richtungen. Oder halt in die andere. Schon nicht schlecht, ne? Ja, ist gut. Ja, wie kann man das denn? Ich wollte das mal mit meinem Sohn zusammen machen, nicht? Und dann wollen wir da rein in den Stubb, nicht? Die haben da auch tolle Dinger, nicht? Ja, das stimmt. So gut gebaut ist das vom Detail-Draht auch nicht, dass es so gut ist. So gut gebaut ist das vom Detail-Draht auch nicht. Also wenn man nah ran guckt, dann sieht man schon viele Problemecken. Aber ich bin eher, ich will dann doch damit fahren. Und nicht ewig lange dran bauen. Und nicht ewig lange dran bauen. Wickel-Draht Ja, das braucht man auch so viel. Das ist schon eher jetzt der Maßgab-Gerechtheit. Ja, aber ich habe noch gewohnt. Ja, das braucht man auch so viel. Das ist schon eher der Maßgab-Gerechtheit. Ja, das braucht man eigentlich. Vielen Dank.